Ich will ab und die nicht kommen. Ich will ab und die nicht kommen. Ich will ab und die nicht kommen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, bei wen eigentlich? Bei Jakob und BUM39HD. Bei beiden Kanälen sogar. Die Ruhe selbst ist heute leicht gereizt. Bitte. Hau auf hier! Legt mir am Arsch und geh raus hier! Heute machen wir ein richtig krasses Experiment. Und wir haben es schon davor getestet. Also es klappt. 100 Prozent. Es klingt wirklich verwirrend. Und wirklich sehr komisch. Aber es klappt halt einfach. Das ist so krass. Das hätte ich wirklich noch nicht mal in tausend Jahren erraten können. Okay, Lollis Backen hat zwar auch nicht geklappt, aber das... Michi! Dann hier noch irgend so trockene Blumen Erde. Die Erde muss auf jeden Fall trocken sein. Damit das überhaupt geht. Weil Feuchte Erde ist eben nicht gut für die Gwelle. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ja, zoome mal ein bisschen. Riecht krass ran. So, ihr braucht auf jeden Fall von... Als Material... Ihr braucht einfach so Blumen Erde. In so einer Schüssel oder so. Ihr braucht so einen kleinen Behälter. Handschuhe. Und braucht natürlich so Stapel Magneten. Die müssen stark sein. Nicht so schwache Magneten. Am besten sogar noch ein bisschen größer. Aber die Größe reicht auch noch. Und die Größe reicht eigentlich. Und diese Magneten tut ihr einfach so in die Handschuhe rein. So. Und dann... Warum musst du so nah filmen? Ich film mit seiner Kamera hier. Wir filmen natürlich... Wie? Ein paar Chicks und so. Ein paar Chicks? Ein paar Chicks klären hier in Hamburg oder was? Na klar. Du weißt wahrscheinlich... Rationelle Kameramänner sind wir. Stimmt's? Und Frauen vor allem. Boah, mal gucken, ne? Mal gucken, ne? So. Das müsst ihr dann hier so reintun. Das so eine Minute... Ey jetzt keine Minute. So ein paar Sekunden lang so langsam hier so umrühren. So eine Suppe oder so. Ihr seht schon. Ich hab so ein paar Sekunden... Ihr seht schon am Titel. Ja, ich seh schon am Titel. Und... Ihr seht schon an diesen Handschuhen hier. Das sieht so aus wie Erde, aber es ist einfach Eisen. So ganz kleine Eisenstücke. So pulvermäßig. Das können wir natürlich auch beweisen. Wirklich? Guck. Ich halt das so und... Warte, ich muss kurz... Die Eisenstücke... Warte, Fokus. Gehen einfach... Fokus. Wieso fokussiert die Kamera nicht? Mann! Für Fortnite ist das? Fortnite. Dann... Gehen die ganzen Eisendinger einfach wieder dahin, wo diese Magneten waren. Digga, was ist jetzt mit dem Ding hier los? Och, Mann. So. Ja, film du mal kurz. Warte, ich fokus. Ich muss das kurz in meinem Namen anzoomen. Warte. Zeig mal kurz hier rein. Halt mal hier rein. Warte. So, ich schuze mal kurz. Och, Digga, der Fokus ist so scheiße. Nur weil ich keinen Akku mehr habe. Ich bin Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Und es geht auch gar nicht ab. Also, wenn man es auch schüttelt... Ich kann es so richtig krass schütteln, aber es bleibt immer noch dran. Na egal, das tun wir dann alles. Das sammeln wir dann alles in dieser kleinen Schüssel hier. Ja, und dann machen wir weiter und sehen dann gleich, wie es dann aussieht. Drei Stunden später. So 20 Minuten vergangen oder so ungefähr. Und schaut euch mal das Ergebnis an hier. Oh, so 20 Minuten. Und das Ergebnis sieht einfach so aus. Wir haben nur so große Klumpen gefunden, so wie hier. Aber sonst haben wir die ganze Zeit nur so pulvermäßiges Eisen so gefunden. Und als Beweis sogar haben wir hier noch einen kleinen Test vorbereitet. So. Was? Wuhu! Es hat immer wieder Spaß irgendwie damit zu spielen. Und damit könnte man theoretisch noch andere Dinge machen. Ja. So. Okay, wieder ein Prozent. Was ist mit meiner Kamera los? Der Akku ist schlecht. Okay, ich lade auch ein bisschen davor auf. Die ist seit einem Jahr nicht beinahe nutzt und nicht aufgeladen. So. Alarm! Alarm! So. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, oder? Ja, das war's mit dem Video. Haben wir noch Zeit zu wenden? Nein. Okay. Das war's mit dem Video. Lass gern ein Like und ein Abo da. Auf jeden Fall noch eine wichtige Ankündigung. Nächste Woche Samstag. Nächste Woche, warte mal. Ich muss ganz kurz rechnen. Welchen haben wir heute? Dann am 22. Samstag, 22. Januar. Dort wird ein Livestream auf Twitch kommen. Auf meinem Kanal. So circa so um 8, 9 Uhr. Wird er mit Erkoboy Fortnite wieder... Ich habe jetzt einen Twitch-Account und alles so eingerichtet. Dies, das. Ich habe lang keinen Livestream mehr gemacht. Und auch lang keinen Fortnite mehr. Dann kommt bei mir ein Livestream. Seid auf jeden Fall dabei. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Überall. Bei Erkoboy vorbeischauen. Was sagt sie noch? Ja, tschön mit Öl. Ja, Abo da. Das sind Erkoboy. Dies, das. Und eine Ananas und eine Wurst. Achso. Und nochmal Instagram. Fertig. Ciao. Digga, hier fällt alles runter. Ah! Ach ne, ich schrie. Was ist denn jetzt schon wieder? Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Leid. Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker. Zerro. 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 Weißt du was? Das ist mir jetzt zu blöd. Zerro. Zerro. Ja. Wichtig und grüß mich. Ja und äh tschüss. Okay, let's go.